Musik Denn jeder von uns, und es ist schön, dass Sie alle da sind, jeder von uns muss sich gegen jede Form von Reduzierung und Angriff auf die Demokratie wehren. Die Bitte an uns alle ist, lasst uns alle unsere Anstrengungen intensivieren, dass der Friedensnobelpreis 2023 jetzt endlich an Julian Assange verliehen wird. Dazu müssen wir noch mehr aktiv werden. Das ist sicher der beste Geburtstagswunsch, den wir Julian Assange geben können. Ich will Karatein, lasst das Wunsch endlich rein. Musik